So Leute und damit sind wir wieder hier bei Alice Madness Returns. Im letzten Part haben wir hier... Es ist einfach nur schlimm. Es ist einfach nur ekelhaft und schlimm. Weißt du, Clowns, Puppen und kleine Mädchen. Horrorfilm-Material. Weißt du? Wow. Ähm... Achso. Wollte ich was sagen, hä? Hallo? Ich sehe nichts. Achso, hier hinten geht's weiter. Meine Augen müssen sich immer erst an die Dunkelheit gewöhnen. Dadurch, dass ich hier die Lichter habe, ist das halt bei mir super hell. Wer mit dem Teufel ist, braucht einen sehr langen Löffel. Das weiß jeder. Wer mit dem Teufel ist, braucht einen langen Löffel? Und was ist, wenn es Spaghetti gibt? Tja. Er wäre nicht der Teufel, wenn er dich nicht natzen wollte. Ich will dem Kind nicht in den Schritt gehen, Alter. Ja. Das ist richtig... Das ist voll pedo. Da läuft es schon eiskalt den Rücken runter, ne? So richtig... ...eklig. Kann ich hier irgendwann? Ne, ne? Und diese Musik... Oh, die macht einen so stumpf im Gehirn. Besonders, wenn man die schön mit Kopfhörern hört. Aber jetzt hat dies... Din, 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 bumm, 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 din, 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 bumm, what the? Alles klar. Haus Nummer 1. Ich hoffe, davon kommen nicht mehr allzu viele. Nicht durch die Tür fallen. Katze. Katze, hilf mir! Ich hörte, Selbstständigkeit sei eine Tugend. Jetzt hast du's auch gehört. Auch geil. Mundpropaganda. Ich hörte. Jetzt hast du's auch gehört. Haha. Hepp, hepp, hepp. Moment. 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 Okay. Moment. Hätte ja auch sein können, dass man von da aus irgendwo hinspringen kann. Legen wir das mal hier um. Mann ey. Es ist... Einfach nur noch. Oh. Ich dachte, hier wär jetzt ne Brücke. Gut, dass ich vorher nochmal geguckt hab. Ey, hier muss doch viel mehr sein hier. Ich... Hab schon so viel verpasst. Ich wette es einfach. Rette uns. Ja. Hahaha. Wer rettet denn mich? Ich will hier raus. Okay. Ich muss zugeben, das ist ein Level, wo ich wirklich einfach nur... Verhältnis was zum Durchgehen. So. Zwei bin ich schon mal los. Das war gar keine schlechte Bilanz. So. Nächster. 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 Schuss. Triff noch. Triff noch. Ah, der war zu knapp. Schade. Und... Putz. So. Weg. Das war... Okay. War okayig. Kann man mal so gemacht haben. So. Erinnerung. Gott. 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 Ey. Alles klar. Da hat sich ein Hase gehangen. Ey. Wo sind wir denn hier? Hier ist nur noch Mord und Totschlag. Jedes Kind hat eine Bestimmung. Es ist die Pflicht eines Erwachsenen, jeden jungen Menschen dieser Bestimmung zuzuführen. Dazu haben wir das weiße Kaninkel gehangen. Ja. Ist halt so, ne? Machst du nix. Ich... Ha. Boah. Ja. Ich muss da hoch, ne? Mit einem Pilz. Pilz, Pilz, Pilz. Achso. Ja klar. Erstmal hier rüber. Hepp. 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 Ach. Ich bin jetzt gerade ausgesprungen. Fast. Es wird echt nicht schöner, ne? Es ist... Man muss es ja leider zugeben, das Spiel ist schon super krank. Also da kann man ja mal... Aus Nummer 4. Was passiert? Hä? So, ich soll jetzt von hier aus... Habe ich direkt mal einen Frosch im Hals? Alter, da wippt ne... Hä? Wo? Hier wippt einfach ne Scheißfigur ohne Kopf. War ich hier schon? Ne, aber hier ist doch nix. Mannometer, Alter. Hallo? Hoch da. Und... Nicht da hoch, sondern... Da hoch. Will ich mal. Ah ne, von hier aus komm ich her. Stimmt. Wollte sagen, das hätte so aus, als wenn hier was wäre, aber da kam ich ja her. Wo ist die Scheiß wippende Figur? Wenn ich jetzt die mich gleich umkickt. Ah, da ist her. Ach so, ja klar. Die ist voll mit Dornen. Mit Dornen, natürlich. Alles klar. Das ergibt fast Sinn. Das ist einfach nur grenzbehindert hier alles. Ja, ich mach einfach... Ich zieh einfach mal durch. Ah, ich vergesse die ganze Zeit völlig mich klein zu machen, um zu... Da hinten war doch was. Oh, wie komm ich denn da hoch, Alter? Ach. So. Natürlich. Rein da. Die Beweise sind erdrückend. Jedes Geschöpf hat eine Aufgabe. Es ist meine geheiligte Pflicht, jeden jungen Menschen seiner Bestimmung zuzuführen. Sei sie nützlich oder nicht. Verstehe deine Geschichte. Deine Mythologie. Moment. Bevor ich jetzt hier nach... Da gehe, ist hier nur was? Nee. Okay, ich muss jetzt so darüber, dass... Ja, ich glaube, das war zu spät. Ja, und außerdem darf ich nur zweimal springen. Natürlich. Aber natürlich. Ich springe jetzt einfach rüber, ist mir scheißegal. Halt dich fest! Ich habe die Monster schon getriggert. Weil die dachten, ich schaffe es. Aber habe ich nicht... Oh Gott! What the fuck! Ja, alles klar! Das war ja nett. Dachte ich, ich hätte die Monster geflaxt. Flaxt die Monster einfach mich. Was? Die Schere! Wollte die Schere her? Die hatte die eben nicht. Ich... Ah ne, ich musste ja erst anzünden. Erst anzünden. Nein! 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 Ja! Ja! Nein! So! Und tschüss! Und tschüss! Und tschüss! Und tschüss! Und tschüss! So, jetzt! Nee! Jetzt! Und weg! Ja! Ist mir egal! Hey! Wo schießt du denn hin? Achso! Kurz weg! Der war knapp! Ich habe hier eine Schraube genommen. Aber... Wie? Ich weiß nicht wie, alter! Also, es muss doch irgendwie mit den Schrauben gehen. Ich weiß wirklich nur nicht wie. Jetzt... Hau ihr ins Herz! Jetzt ist einfach Eskalation. Leckt mich! Wie soll man der denn aufs... Auf... Auf die Schraube... Also, ich habe es irgendwie einmal geschafft. Aber so viele Waffen habe ich ja nicht zur Auswahl. Die Bombe vielleicht noch, dass die da irgendwie... Attracted wird, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Nee, ist nix. Da hängt einfach ein Stück Fleisch an der Wand. Tja! Was nicht so alles passiert. Achja, genau. Da... Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Mhm. Hier habe ich jetzt bestimmt irgendwas vercheckt. Nee, sieht gut aus. Geh weg! Ist das eigentlich ein Instantot? Ist hier sonst noch was? Gibt es hier eigentlich viel zu finden? Oder mache ich mir... Oh doch. Oh doch. Oh doch. Oh doch. Nee, doch nicht. Okay. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Ja. Oder es ist egal. So. Ich habe dich gehört. Aber ich sehe dich nicht. Oben. Nee, Moment. Moment. Ich höre dich doch, aber wo bist du? Irgendwo hier über mir müsste das sein. Moment. Vielleicht kommt da jetzt so ein Ding, wo man hoch springen kann. Vielleicht ist es unsichtbar. Warte. Nein. Nein. Das ist doch bestimmt hier über mir, Alter. Achso. Ich kann da einfach hoch. Das muss ich natürlich einfach machen. Oh, lol. Jetzt. Ja, komm schon. Alice, please. Hallo? Spring doch einfach da hoch. Bist du bescheuert? Gott im Himmel. Spring doch einfach hoch, Mann. Hä, aber wo denn? Kann ich das kaputt machen? Nee, kann ich nicht. Aber da ist was. Das ist hier irgendwo. Hinter dieser Wand irgendwie. Vielleicht. Oh Gott. Das ging schneller hoch, als ich dachte. Oh Gott. Ja, glitsch einfach erstmal runter. Das ist natürlich auch eine gute Alternative, zu einfach umstehen bleiben. Ich geh einfach mal... Ah. Okay, aber... Ich... Ich... ...seh immer noch nicht die Schweinsnase, Alter. Irgendwie muss ich... Hä? Moment. Nein. Oh Gott. Ist da oben was? Achso. Ist hier was? Ist hier was? Also ich weiß, wo die Schweinsnase ist, aber wie komme ich denn da dran, Alter? Irgendwie... Muss das doch gehen. Hä? Wurde ich das kaputt machen? Wo zum Henker bin ich denn jetzt hier? Oh mein Gott, Alter. Das ist so verwirrend hier alles. Also hier oben ist erstmal nichts. Muss ich da reinspringen? Nö. Hä? Wofür fällt mich das Haus dann nach oben? Oder... Und wie komme ich von hier aus jetzt wieder weg? Hä? Ich komme da raus... Ne, komme ich nicht. Ich... Ich verstehe es nicht. Nicht so ganz. Wenn ich... Hä? Ich war jetzt in der Sackgasse. Ich kam da jetzt nicht mehr raus. Hä? Wie komme ich denn jetzt hier weg? Lord? Komm ich hier durch? Nö. Ich bin in der Sackgasse. Achso. Hä? Ich... Hier muss doch irgendwas geben, wo ich lang kann. Oder muss oder soll. Wat? Verstehe ich nicht. Aber wenn mir jetzt einer sagen könnte, wo ich hin muss... Wäre das echt super von Vorteil. Und wo ist diese dämmische Schweinsnase? Ah ne, ich kann die nicht ganz durch. Nein. Ach, vielleicht... Achso. Vielleicht, ja. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht habe ich es jetzt verstanden. So, und jetzt schnell hoch. Ja, ok. Ok. Jetzt fährt es wieder rum, ne? Hallo? Achso. Komm, mach das Gesicht auf. Mach das Gesicht auf! Danke. Au! Das Vieh hat keine Hände. Warum hat das Vieh keine Hände? Oh mein Gott, alter. Ja, ja, ja. Alles klar. Mach ich zuerst das Kind kaputt? Ja, alles klar. Das ist ja easy hier. Okay. Wieder wechsel, wechsel, wechsel. Wechsel doch! Leute, wechsel doch! Dann wechsel halt nicht, Junge. Hier. Oh Gott, alter. Hör mal auf, wann sie visieren. Jetzt visier wieder an. Danke. Oh, alter. Zurück, zurück, zurück. Oh, das war knapp. Ja. Oh, wow. Der war knapp. Oh, alter. Schwede ist das schwer, Junge. Ist es jetzt das Herz offen? Oh mein Gott, alter. Ja, ist es. Alles klar. Oh nein, ich bin doch... Oh, sie... Ich hab zurückgedrückt und sie macht einfach so ein... Außenrum so. Ja, nochmal probieren, komm. Das war... Ja. Machbar. Das ist machbar. Komm mal her. Komm mal her. Putz. So. Erster weg. Ey, ich... Ah! Mist. Komm mal her. Ja, dann komm du her. Genau. So. Komm ich jetzt an dich dran? Ich glaub, das passt. Ja. He, he, he. Man muss es sich ja nicht schwerer machen, als es ist, ne? Aber warum hat sie jetzt Hände? Eben hatte sie keine Hände. Ach, wenn man ihr die Schrauben kaputt macht, platzen ihr die Arme weg? Komm ich dran? Ich komm nicht dran, scheiße. Also. Okay. Okay. Das ist aber machbar. Erst einmal rüber. Hepp. So, jetzt. Komm. Schöp, 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 schöp. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oder nach vorne. Ja. Okay. Alles klar. Ist sie tot? Ist sie tot? Ich glaub sie ist tot. Sie ist nicht tot. Alles klar. Hab es auch geklärt. Oh fuck, der ist... Oh mein Gott. Alter. Lol. Lolololol. Ich durfte sie nicht mehr springen. Dammit. Alter. Okay, wir dürfen aber da weiter machen, wo wir eben auch gehört. Komm. Au. So, jetzt stirb du Fickvieh, Alter. Mach es Gesicht auf. Ja, das, das. Ja, das kommt gut. Das kommt jetzt sehr, sehr gelegen. Ist er noch tot? Hallo? Ist er, ist er tot? Boah. Boah. Okay, die Gegner werden nicht einfacher. Echt nicht. Gott, oh Gott, Alter. So, wo ist jetzt diese damn Schweinsnase, Alter? Ach. Oh lol. Das ist ja mal ein krankes Versteck. Ja. Alles klar. Das war ja mal easy. Jetzt muss ich irgendwie hier hoch. Okay, das ist aber machbar. So, und von hier aus kann ich dann da rüber. Ach, das geht. Ja, hier ist einfach ein Gebiss, das Klavier spielen wollte, aber anscheinend hat es das nicht geschafft. Okay, hier kann ich auch noch rüber. Ich hätte, glaube ich, auch einfach rüber springen können. Wir haben übrigens die 20 Minuten schon voll. Ach, hier ist noch was. Doktor Wilson lässt sich nicht zum Namen halten, Alice. Die Disziplin muss aufrechterhalten werden. Reinlichkeit ist zweitrangig. Was immer du dir unter elektrischem Strom vorgestellt hast, ist nur die halbe Wahrheit. Er kann ein überzeugender Lehrer sein. Streng, gewissenhaft fordernd. Du bist keine Katze, meine Liebe. Du hast nur dieses eine Leben. Sei bitte vorsichtiger mit dem Schnitzmesser. Anscheinend haben wir das nicht. Wir haben mehrere Leben. So, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Break. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von How I Met Your Mother. Im Irrenhaus. Ne, wir machen dann weiter mit Alice Mendes. Hau da rein. Danke fürs Zuschauen. Und ihr könnt mich auch gerne bei meinen anderen Folgen oder bei meinen anderen Projekten begleiten. Ich danke euch trotzdem, dass ihr hier seid. Und dass ihr immer noch hier seid. Obwohl es immer kranker und schwerer wird. Aber hey. Wer möchte schon so genau sein? Ne? Hau da rein und tschüss.